An der Außenseite, Near England rückt jetzt näher ran, dann sieht man Weltmacht auf dem dritten Platz, so geht es gleich auf die Zielgerade, Rock of Romans ist ebenfalls hier zur Stelle und Baby Sherry außen im Einlauf, schießt Gina ist vorne, Near England ist da, die bitte Kind zur Farbe übernimmt das Kommando, Near England geht vorbei, innen setzt Weltmacht jetzt nach, dahinter kommt Rock of Romans, Telina wird ebenfalls in der Bahnmitte eingesetzt, aber Near England mit dem ersten Lauf an der Spitze, Rock of Romans, Telina, die beiden Wöhlerpferde, die werden hier bärenstark, innen kommt jetzt durch, Techno Queen, aber Near England, Telina kommt, Near England, Telina kommt, will das Blatt wenden, aber Near England, die bitte Kind zur Farbe gewinnt, das St. Ledger 2016, dahinter Telina, Techno Queen und dann Rock of Romans, auf dem vierten Platz, Iraklion und Mighty Mouse dahinter, auf Platz 6.